hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge von let's battle worms und wieder mit dave aber fangen auch gleich wieder an ist wieder 8 gegen 8 wiederzerstörung ich will eine revanche nachdem ich mein letzter spielzug verkackt habe ja das war alles mein skill ja ja lass mal höhle nehmen lass mal die höhle nehmen boah die hier ist ganz schön offen die map aber das ist eine höhle ja das ist eine höhle die war ich voll gut lass die nehmen die ist gut aber kein wasser ja alle unten was irgendwie schon jetzt ein gehirn wo ich habe die rechtseite und du die linke hier ja alle meine typen da unten so ja weißt du dann wirfst ja zwei bananen runter dann bin ich tot ja klar das muss so nein falsche richtung ja 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 oh mein gott ist klar der prämium anfangen besser geht es nicht ja jetzt ist dieser lack einfach hehehe hehehe oh gott ich mach da jetzt gleich einen abgang ah ne du plant das dynamit ey ich weiß gar nicht wenn du ihn weg machen oder den da hinten müssen nein nicht das das war wunderbar ah ne das sind ja das sind zwei fester ja boah ich hab mein oh mein gott das funktioniert trotzdem ganz gut ich hab mein Wimmo noch gar keinen richtigen Namen gegeben was ich brauch einen ganz speziellen Namen ich brauch irgendwie B BR ne der einzige richtige das heißt Maxi oh voll premium was mach ich so ich scheiße ich scheiß auf die Mine ne 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 aus nein jetzt stehe ich genau übereinander das bietet sich natürlich an oh ja das tut's ja der ist aber ein anderer muss da ein bisschen darunter leiden okay ja gut geh auf die du gehst auf den rechten oder ach da oben steht ja auch noch einer den habe ich gar nicht gemeint ich wäre auf den ganz rechts unten gegangen lol er trefft den rechts oben neun faden geht gar nicht dafür muss ich mich rächen ich pack mal ein riesen skill wieder aus ach mine oh fuck der ist eine mine da ist keine mine da ist keine mine ne wo denn nein ich wollte da vorbeikommen und den runterhauen das hat noch nicht so ganz funktioniert hallo 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 warum hat du so ne scheiße momentan noch aber ja noch ne das ist das nicht wert das wären die zwei da unten wert ja eben weißt du komm ich denn da weg gar nicht ich nein nein oh oh scheiße ja ich bei wies wieder der weg geflogen ist gleich wieder ins kill aus haus für einen zwartens von mir ja klar wir sind dran aber ich habe hier oben nicht und ich weiß so jetzt mal schauen welchen mache ich jetzt in recht über das habe ich denn den rechts über mir doch scheiße ich kann was hin ich stelle mich zu dritten ich habe halt ein premium loch gemacht so kann man es auch sehen könntest von da oben die alte ommi runter werfen hoffen dass sie nach links abbiegt und dann geht die auf mein 101 machen wir müssen ziemlich gut teleportiert er sich eben eben keine ahnung was sinnlos aber keine ahnung ja das war wie so klar so jetzt nur die frage was mache ich so die idee fand ich ganz gut ausführung auch ich brauchte immer kurz jetzt den typ da rechts nach kommst du du im wechsel das nicht aber jetzt wirst du voll gepumpt oh nein da darf ich nicht hinlaufen das ist eigentlich ein problem denkst du ne der war noch nicht so ne ist mal lieber nicht das risiko da hinzulaufen ne der war nicht was anderes du kannst du überhaupt machen willst ja überlegt euch der nach links lauf vor dem grab und dann eine grenade rüber schmeiß aber dann hättest du mich in die anderen von hinten hergeballert welches grab das wasserloch da ach so ach so ach so na gott ja der macht jetzt den abgang das ist aber wirklich nah wiii oh da hin ist auf der insel mhm als ob da jemand hingeht ja wer ist denn jetzt dran 2 coins nö 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 den kriegste nö 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 Das war mal dein Hobby am 12. Was machst denn du jetzt? Oh Gott. Okay, das könnte funktionieren. Wenn du es nicht verkackst. Fall rein, fall rein. Ja. Okay, du hast es nicht verkackt. Aus dem Zweiten meine ich. Boah, ich glaube ich weiß, was ich jetzt mache. Nichts. So, genau die. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tschüss. Und da kriegt mein eigenes Loch rein. Alle meine Müller, die jetzt gestorben sind, sind alle in ein Loch reingefallen. Ja, klar. Fünf. Das muss so. Wir machen es wieder Wasserlöcher irgendwo. Also, wir machen keine Öl mehr. Das ist krass. Ja. Die werden beide drauf gehen. Ja. Versehen, ob mein Skill kommt oder nicht. Das war wieder intelligent. Oh ja. Ich brauche ein Aim-Bot für die Bombs. Was bin ich denn dran? Da. Ich glaube, die Runde verliere ich. Minimal vielleicht. Ey. Fall hier runter. Fall hier runter. Nee, jetzt kommt mein Warm-Skill. Oh Gott. Oh. Nö. Oh. Der habe ich gerade oben in der Kiste bekommen. Ja, genau. Lacker. Neben. Neben. So. Das darf ich jetzt nicht verkacken. Äh. Du könntest mir da oben ganz schön einen Reim pfeffern. Ich bin zu dumm für. Du kannst... Der Banana Bomb... Kannst du unmöglich mit... Wie kann man die einfach failen? Wie kann man die einstellen? Ja. Ja. Das weiß ich was. Er oder Tab? Ich habe es auf Tab. Ja. Wenn ich mich los schieße, eine Sekunde, oder was? Ja. Gott. Ich hätte es bereuen. Oh Gott. Nein. Aber das hat funktioniert. Nee, das hat teilweise. Funktioniert. Halb. Halb. Oh Gott. Komm, mach ein Abgang ins Wasser. Schade. Das ist eh tot. Oh mein, mein, mein Wurm hat es sogar überlebt. Boah, ich habe einen Überfall bekommen. Okay, Soldat. Mach der auch gleich einen Abgang. Nein. Das ist der eine Wurm als Kollateralschaden. Okay, ich habe weiter. Ja, gut, also gegen fünf Würmer. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Nee. Aber es hat vorhin gegen vier, ich glaube ich es schaffst, glaube ich. Ja, kann sein. Oh, nö. Du hast noch eine heilige Handgranate. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Der hat das, glaube ich, nicht überlebt. Oh. Oder? Oh, zwölf Leben. Und der ist natürlich auch dran. Jetzt macht er das. Das war's. Nee, ich mache einen Stylischenabgang. Oh. Mit der Bananenbombe. Wir werden miteinander untergehen. Pff. Hui. Die Zeile hat es leider hochgeschleutert. Und da 53. Mit ihm keine Höhlen mehr. Mit ihm keine Höhlen mehr. Okay, wir werden wieder. Okay. Okay, wir machen jetzt finales Battle. Auf jeden Fall, wir. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder in keiner Höhle stattfindet, ist Battle. Kommts ein. Ciao, ciao. Ciao. Jawohl.